Das Subjekt historischer Erkenntnis ist die kämpfende, unterdrückte Klasse selbst. Bei Marx tritt sie als die letzte Gechnechtete, als die rechende Klasse auf, die das Werk der Befreiung im Namen von Generationen geschlagener zu Ende führt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Tritt sie als die letzte geknetete, als die rachende Klasse auf, die das Werk der Befreiung im Namen von Generationen geschlagener zu Ende führt. Il soggetto della conoscenza storica è la classe stessa, oppressa, che combatte. in Marx essa appare come l'ultima classe schiava come la classe vendicatrice che porta a termine l'opera della liberazione in nome di generazione diventi il proletariato è caduto in un errore spaventoso quando si è proposto di pensare alla felicità dei figli futuri quando il problema invece è la vendetta bisogna vendicare le sofferenze dei padri noi siamo nati per vendicare le sofferenze dei padri le sofferenze Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020